Kommen wir nun zur Funktionsweise. Wir haben also ein Haltesystem hier auf der linken Seite und den SCAM, den Laserwerfer auf der rechten Seite. Wir haben jetzt erstmal zum Laserfreund. Okay, hier, hatte ich euch ja erklärt, ist das, um es zu unlocken. Ihr seht, jetzt bewegt sich da drinnen, ich schüttel mal, jetzt bewegt sich da drinnen der Lasergenerator. Wofür ist das? Das ist genau das gleiche, um ein Niveau herzustellen. Guckt mal hier, da als Beispiel ist jetzt eine Luftblase drinnen und durch die Schwerkraft, weil ich das Werkstück hier oder das Bauteil hin und her bewege, bewegt sich auch nun diese Luftblase. Und genau das gleiche Prinzip ist hier drinnen auch verbaut. Das heißt, da ist sozusagen eine Wasserwaage drinnen und die hält dann den Scanner immer in Position. Natürlich in mehreren Horizontal und Vertikal ist das dann zum Ausrichten. Genauso funktioniert das Ausrichten hier auch. Um jetzt die einzelnen Sachen durchzuschalten, also erstmal, wenn ihr es anmachen wollt, immer sperren. So, also sperren, jetzt ist das fest. Guck mal, jetzt wackelt nichts mehr. Und wenn wir jetzt also hingehen und es benutzen wollen, benutzen wir es entweder, wir stellen es auf den Boden, geht auch, ohne Frage, und dann Knopf drücken, alle Scanner gehen, Wieso sagen wir Scanner? Alle Laser gehen immer an. So, seht ihr? In diesem Modus wird alle fünf Sekunden ein Impuls ausgegeben. Kling, kling, seht ihr ja. Das ist so gewollt, um sozusagen aufmerksam zu machen auf den Laser. Weil merkt euch, wenn ihr länger als 0,25 Sekunden da wirklich reinschauen würdet, also richtig geblendet werdet, dann kann das sogar Schäden an eurem Auge hinterlassen. Dadurch, dass ihr aber blinzelt, sobald so ein starker Laser auf euer Auge trifft, wird nichts passieren. Also keine Angst. Nur halt nicht wie Beklopp da reingucken. Das solltet ihr vermeiden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, in diesem Modus, wo er gesperrt ist, kann ich jetzt die einzelnen Ebenen durchgehen. So, das ist die Horizontale. Hier haben wir jetzt die Vertikale. Okay, sonst nichts. Nächste Option ist Horizontal, seht ihr dort, und Vertikal. Dadurch können wir schon an, haben wir also dann schon mal die Möglichkeit, zwei Linien zu generieren. Drittes Klicken bedeutet nun, dass wir hier die Horizontale anhaben und die Horizontale 90 Grad. Und so können wir schon einen Punkt hier sehen, der sich überschneidet. Nochmal klicken. Jetzt sind alle drei an. Das heißt, wir haben Horizontal, Vertikal und Vertikal 90 Grad. Dann nochmal klicken und dann gehen wir wieder die einzelnen Optionen durch. Erstmal geht die an, dann die, dann die beiden, dann alle drei, beziehungsweise hier oben geht noch auch zwischendurch. So kann man sich durch die einzelnen Laser durchklicken, wenn ihr zum Beispiel nur einen braucht oder zwei. Um jetzt dann hinzugehen, also ausmachen, wieder klicken, halten und dann ist das Gerät aus. Um jetzt die Nivelle, die automatische Niveauregelung hier zu nutzen, gehen wir wie folgt vor. Anloggen, hinstellen und dann können wir es anmachen. Und ihr seht schon, wie das rumwabbelt. Das sind noch die nachwählen. Ich wabbel nochmal. Wabbel, wabbel, wabbel. Dass das gerade ausgegangen ist, das ist kein Wackelkontakt, sondern das will euch zeigen, ich bin nicht mehr im Niveau begrenzenden Bereich. Pass auf, ich kippe mal. Guck mal, jetzt sagt er uns, ey, das ist zu viel Gefälle, das kann ich nicht mehr ausrichten. Ich komme jetzt zurück und so, guck mal, ich bin hier immer noch was oben drüber. Da, mein Finger wird noch eingeklemmt. Und jetzt sagt er uns, das ist zu viel. Jetzt gehe ich ein bisschen runter und jetzt sagt er mir, das kann er noch ausrangieren. Okay, also diese eingebaute Wasserwaage da drin lässt also durch die Hilfe der Schwerkraft, der Gravitation, die gerade nach unten immer in den Erdmittelpunkt ragt, ragt das Teil dann auf der Welt überall gleich gerade aus. Das gleiche gilt auch in der anderen Achse. Wenn ich das so verschiebe, seht ihr, dann fängt es an zu blicken. Ab hier geht es wieder. Bis hier klappt es nicht. Also wir haben hier schon ein paar Grad, die dieses Gerät ausgleichen kann. Andere Achse geht auch wieder. Ihr seht also, egal in welche Richtung, er sagt mir ganz genau, so weit, aber nicht weiter. Okay, das ist das Blinken. In diesem, wo die automatische Regulierung an ist, wenn wir dann drücken und gedrückt halten. Dann, habt ihr gerade gesehen, ist die Stärke etwas runtergegangen vom Laser. Dafür ist er aber mit so einer Frequenz ausgerüstet, wo ihr dann, wenn ihr eine Laserbrille an habt, viel besser das sehen würdet. Und wenn ihr einen Laserdetektor habt, dieses über lange, ganz lange Ranges, ganz lange Entfernungen dann auch noch messen könntet. Das heißt also, hier könntet ihr sogar, wenn ihr auf der einen Seite vom Bau seid, das anmachen, dann Laserdetektor auf die andere Seite, auf dem Stativ, zick, und dann könnt ihr genau einen geraden Punkt von diesem Gerät zum anderen herstellen und dann danach zum Beispiel bauen. Das ist das, wenn das hier mit dem P leuchtet. Um das wieder auszumachen, einfach gedrückt halten, dann gehen wir wieder in unseren Standardbereich für Heimwerker zurück. Weil ich glaube, wir bauen jetzt als Heimwerker nicht so Monsterhäuser. Aber das ist dann für, wenn ihr einen Scanner habt, wenn ihr einen Laserscanner auf der anderen Seite haben wollt, um eine ganz lange Strecke damit abmessen zu können, beziehungsweise ins Niveau zu bringen. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, also in dieser freien, besagten, geht es nicht aus. Wenn es aber mal blinken sollte, die ganze Zeit, wie hier halt, so die ganze Zeit, aber auch wenn es im Niveau ist, dann bedeutet das, dass der Akku leer ist. Das wird das dann auch dort angezeigt. Um es wieder auszumachen, müsst ihr erst wieder loggen und dann könnt ihr ausschalten. So sind die einzelnen Laserfunktionen, die ihr an diesem Gerät benutzen könnt. Sehr cool gemacht, weil wir haben hier mehrere Punkte, die sich dann treffen und dadurch kann man dann überall auf der Welt eine gerade Linie ziehen. Oder die Linie zieht das Gerät und ihr könnt dann an diesen Punkten Bohrlöcher zum Beispiel platzieren oder Fliesen verlegen oder tapezieren etc. Was euch einfällt, was gerade hin muss, geht mit dem Teil hier. Und das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja noch mehr. So, das ist das eigentliche Gerät. Jetzt kommen wir zu diesem Teil hier. Das ist auch cool. Wir haben hier also die Möglichkeit, das einzuklemmen. Hier. An Objekten kann man das jetzt hier festklemmen, indem ihr es dann so einklemmt. Das könnt ihr in der Größe variieren, indem ihr hier unten dran dreht. Da unten. Nach rechts. Dann dreht ihr die Schraube rein. Dadurch zieht ihr das auf der Schraube gelagerte Klappmechanismusgedöns zu euch hin und könnt damit den Abstand verringern. Wenn ihr die andere Richtung geht, dann vergrößert ihr den Abstand. Und dann könnt ihr das auf das Bauteil passend, wo es eingeklemmt werden sollte, könnt ihr das dann einstellen, um dort eine vernünftige Klemmfunktion hinzubekommen. Zack, düt, blö, festgeklemmt. Das ist jetzt nur beispielhaft. Wir können das also so super irgendwo einklemmen. Da ist es aber wichtig, dass ihr die Hebelwirkung mit einplant. Das heißt also, das Teil sollte jetzt nicht sich so dann bewegen, dass sie aus der Niveauregelung rauskommt. Das muss wirklich ganz fest an einem ganz festen Teil sein. Im Heimwerken zum Beispiel, an einem Stuhl könnt ihr das festnehmen. Oder eine Arbeitsplatte. Dann haben wir hier eine Platte. Ist jetzt keine Arbeitsplatte, es ist eine Metallplatte. Und auf dieser Platte befindet sich nun der Host für den Scanner. Den können wir abmachen. Guck mal. Ich bewege das auseinander. Zack. Es ist kontaktlos zusammen, weil hier sind zwei ganz starke Magnete drin, die dieses Teil in Position halten. Auf der Metallplatte. Die sind sehr stark. Und so könnt ihr das jetzt wieder da dran machen. Einfach drauflegen. Plö, fest. Jetzt ist es gerade nicht gerade. Jetzt werden wir es noch justieren und ausrichten. Weil es ja durch die Magnete drangehalten wird, können wir es jetzt sogar nach vorne und hinten schieben. Dadurch können wir dann auch noch hier sogar verstellen. Von dort bis dort. Wenn das dort anschlägt, ist Schluss. Wenn das dort anschlägt, ist Schluss. Ansonsten wäre es eventuell zu gefährlich, das dran zu machen. Um es zu entfernen, zur Seite kippen. Das ist am einfachsten. Aber nicht nur hier sind Magnete. Auch auf dieser Seite haben wir Magnete festgebracht. Das heißt, wir können hier jetzt hingehen und das genauso da drauf packen. Diese Magnete hier sind aber nicht so stark. Okay? Guck mal hier. Das kriegt viel einfacher ab. So. Warum sind die nicht so stark? Weil die ja nicht im Winkel stehen. Da ist keine Hebelfunktion dabei. Wenn wir das also so jetzt hinstellen würden, ist es ja sehr fest und würde nicht schnell umkippen. So. Wenn ich das aber mit dieser Seite hin mache und hier noch ein Gewicht dran mache, welches sich dann vielleicht noch nach außen neigt, dann könnte es schneller umkippen. Und deshalb sind hier auf der Seite stärkere Magnete dran. Wir haben hier auch Gewinde. Das heißt, wenn ihr ein Stativ habt, könnt ihr hier die fetten Gewinde reinschrauben und euch so dann mit dem Stativ behilflich sein. Dann braucht ihr diese Platte in diesem Fall nicht. Die Platte selber kann, wie gesagt, irgendwo angeklemmt werden und dann sogar hier noch reguliert werden in der Lage. Wenn wir jetzt davon ausgehen, hier klemmt ihr es fest, hier wäre jetzt eine Wand, dann könnt ihr es hier mit rein und raus fahren, indem ihr dann die Lage dieses Bauteils verändert oder verändern könnt. Ihr könnt es natürlich auch einfach so hinstellen, dann ist es eure Platte mit diesem Teil drauf. Dieses Teil hier kann man bewegen und es hat sogar hier eine Skala mit unterschiedlichen Gradangaben. So, das heißt, wir sind jetzt hier bei 90 Grad, die Hälfte davon bei 45 Grad und so sind wir wieder vorne. So können wir uns 180 Grad mindestens, weil es geht ja sogar noch ein Stückchen weiter hier, 180 Grad können wir uns bewegen. Was wir dann noch haben, ist hier unten eine kleine Aufnahme. Das da werde ich benutzen. Das passt auf so eine Standard-Mount von, ja, wenn ihr Tripods habt oder so. So, da könnt ihr das hier dran schrauben und habt so dieses Stativ an den Host für das Gerät gemacht. So, ihr merkt, bis jetzt waren wir noch gar nicht beim Gerät. Das sind aber erst nur die Funktionen, die wir nutzen können hier. So, jetzt können wir hier das also drehen und haben hier eine Schraube. Diese Schraube ragt durch das Bauteil durch und hat auch die gleiche Gewindegröße wie hier. Was können wir denn damit machen? Das kann direkt hier dran kommen. Was wir, bevor ich jetzt weiterkomme, was wir auch machen können, ist, wir können direkt hier das Gewinde abgreifen und gehen mit unserem Stativ hier dran. Es kommt immer darauf an, was ihr machen wollt. Wir können das jetzt so ins Stativ setzen und schon benutzen, ohne Frage. Dann brauchen wir das da gar nicht. Nur manchmal wollt ihr ja mehrere Einstellungen machen, sprich etwas flexibler euch bewegen mit dem ganzen System. Und dann können wir dieses Teil jetzt hier reinschrauben. So, das heißt, wir schrauben kurz an, bis es passt. Dann können wir uns ein bisschen bewegen. Hier Finger drauf und dann schrauben wir nach rechts drehend unseren Scanner damit fest. So, am Schluss drehen wir nach außen den Lock-Freund und haben jetzt hier eine Platte, die hier magnetisch ist, dort magnetisch ist, die wir hier zum Beispiel an einen Metallträger auf der Baustelle packen können. Oder hier können wir dies auch auf einem metallischen Boden packen. Diese Seite nicht, wenn es so ist, weil die ist, glaube ich, zu schwach dafür. Also, ich würde jetzt eher auf die Großen hier gehen, wenn wir das irgendwo an ein magnetisches Teil bringen wollen. Um es jetzt wieder hiermit zu verbinden, können wir es da drauf stellen und dann ist es wieder damit verbunden. Und ihr seht, was ich gerade sagte, die Schwachen sind jetzt durch die Hebefunktion kommen die nicht so klar. Deshalb gibt es die Seite hier. Und die Seite ist stark. So, da fällt nichts. Und schon haben wir unser Gerät montiert und können es hier benutzen. Jetzt zusätzlich können wir natürlich hier unten auch noch ein weiteres Stativ dran machen oder ein Stativ dran machen. Wir drehen das da dran und haben jetzt die Funktion, hier hinten es einzuklemmen, hier vorne es zu bewegen. Wir können es ja jetzt hier bewegen. Und hiermit können wir es irgendwo hinstellen. Das gleiche geht hier unten in das größere Gewinde. Das ist, glaube ich, ein Halbzoll Gewinde. Da könnt ihr noch ein viel massiveres Stativ dran machen und es damit dann irgendwo positionieren. Also ihr seht, es ist wirklich vielseitig hier einsetzbar, wo wir die Anschlussmöglichkeiten haben. Echt cool!